Das war der Camino als Buddha, was auf deutsch so viel heißt wie der Weg zum Buddha oder der Lauf zum Buddha und jetzt geht es weiter an einem scheinbar super sicken Viewpoint. Während wir da hingehen aber genießen wir diese Wahnsinns-Location. Das ist ja mal... Bro, ich will euch echt nicht unter die Nase reiten, aber ihr friert euch gerade eins ab mit minus 5 Grad und ich hocke hier und lebe mal wieder meinen Traum, Rudi. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das verdient. Jetzt hat es ja aber gegeben. Schräglage auf jeden Fall. Die gilt es zu vermeiden. Diesen Reifen. Holy Rock and Holy. Das ist halt so weird, weil du halt, wenn du das erste Mal Offroad fährst, das ist so schwammig. Deine Reifen, also deine Spur schwankt die ganze Zeit. Jetzt mögen die Experten unter euch sagen, du Amateur, Bro, das ist das zweite Mal, dass ich auf so Gelände fahre. Okay. Da ist das natürlich immer noch ungewohnt. Aber es ist so geil. Guckt euch das mal an. Hinter jedem Baum könnte eine Spinne und eine tödliche Schlange auf mich warten. Und Jaguar gibt es hier auch, habe ich gerade erfahren. Aber die machen sich eher aus dem Staub, als dass ich Schiss vor denen habe. Das ist ein bisschen. Bruder. Geht durch das. Aber ich darf den Boy nicht verlieren. Warte auf mich. Ich komme. Nicht, dass er denkt, ich crashe. Oder ich bin gecrashed. Bro. Bro. Jetzt geht es aber ab hier. Hand aufheben und Vollgas. Holy. Bro. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja. Das ist verrückt. Da ist ja. Jemand kennt dieses radios. Nein z tylko. Das sieht ähnlich. Ich glaube, das ist verrückt. Das ist verrückt. Und ich glaube, es wird nach der Busse auf die Straße beter werden. Das ist verrückt. Aber ich bin nicht sicher. Ja. Ich denke. Das ist verrückt! Und es ist nicht voll von Schrauben und Menschen! Ja, genau! Und alles ist hier! Das ist einer der einen in den Mediumspot. Das ist ein hidden gem! Ja! Ja! Das ist die Highway? Ja, das ist die Highway, die sie konstruieren. Ah, es ist nicht fertig? Nein! Ah, okay! Wir haben es nicht! Nein! Es geht von Guadalajara nach Vallarta. Aber da unten man sieht, wo die Häuser sind. Das ist eher die St. Pancho-Entrance. St. Pancho ist hier. St. Pancho ist hier. Und da ist der Sayulita-Port. Ja, genau! 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 Wir zeigen ihm den Tempel. Und nachdem wir sahen auf der Seite. Und wir sagten, okay! Let's go! Let's figure out, was ist hier! Und wir kamen hier und wir waren... Oh! Ja! Best decision ever! Ja! Ja! Das ist das Explorung. Das ist, wie man finden. Und es scheint, dass es ein Spot höher ist. Ja, es sieht so aus. Aber ich weiß nicht, wie man da kommt. Ah, wahrscheinlich ist es ein Weg. Ja, von der anderen Seite? Ja! Oh, ja! Some salt, water, rubbish Nice Yeah, so if you don't mind, I can't use my phone, I'm so sorry I mean, this one is perfect This is really perfect Before that I had iPhone 7, so just remember my life changed This is, yeah, I can't imagine man This bad boy out, since it's a service Yeah, it was a shirt in the beginning I just cut the Yeah, that's nice The back is really, really nice Thank you, I designed them myself also Yeah, this is actually one of the best-selling ones Yeah, the balaclava Yeah, you understand This is really It's a loved one from bike people How do you say, I'm still in Minus But it's growing Nice I can't do much while I'm here But as soon as I get back Oh, hell yeah I will keep it up Oh, nice, there's some bamboo Because I have at my place Like a Mexican flag Like 150 to 90 And I'm I'm gonna bring a bamboo So Yeah, that's And just like That's a nice idea also For rolling shots Yeah Bro, that's insane I mean, the quality is like Nice Huge Even with the zoom With the 3x zoom That's perfect So I think On the way back We can take a stop In a curve Yeah So we do like A shot How you ride by Or something When we have a nice spot We can just Have a quick stop Sounds good Alright And it's full of Hormiges Hormiges Hormiges, yeah Hormiges My bag also I just accepted How it is now This is my new friend Decent klein bad boy Wieder ein Klappen But they're nice Yeah Looks good though It's great Cause the original one Is working Okay Let me Give me five minutes I'll do La playa Por allá Monterrey Oh, I don't know San Pancho Is there And Monterrey I think They know Do you want Monterrey? Or where? Here Targola Plata Monterrey 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 Ah, para Punta Monterrey Monterrey Monterrey, no? I can say Yes I think it's It's on that avenue But I'm not sure But I'm not sure Here is the track of the hill? Well, you go to San Pancho Here is the track of San Pancho Because if you go to the right Or the right When you finish the path You go to San Pancho I wait here And then I run there So So Jetzt wird der Shot gemacht, Freunde Gibt euch mal diese Kurve Das Licht Bro, das ist ja nahezu perfekt Ein bisschen mehr Staub wäre natürlich Bombe Aber da warte ich jetzt natürlich wieder zu viel Gutes Timing, gutes Timing Perfect Jetzt Runde 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 5 5 6 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 12 15 15 15 das war nichts, ich musste ja im ersten hoch, mann, menschens, kinder ich bin immer noch zu viel Pferde geworden holy guacamole, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell geworden so, kurz wenden ich weiß nicht, ob er jetzt eine zweite Runde wird antreidee Das war's für heute. Und jetzt durch meinen eigenen Staub, Rudi. Oh, das war nice. Das war nice. How did it go? Decent? Ja. Perfect. Do you want the glasses? No, 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 thank you. I will survive. It's annoying, but it's okay. Okay. You want to change bikes? I'm good. Okay. Unless you really want to. Well, I would go for a ride. Here? Let's go then. Perfect. So that's, again, a 200 Italica, four-stroke. Yeah. Exactly. Two cylinders. One cylinder. One cylinder. Okay. Yeah. Perfect. Random Italica stuff. Okay, I'll just go slow in the beginning. Okay, I'll just go slow in the beginning. Okay. Okay. So, erstmal die Kupplung checken. Sie ist da. Wow, Digga. Viel zu empfindlich. Oh, wow, alles mehr. Oh, holy welcome, holy. Wieso habe ich nur Ja gesagt? Digga. Alter, ist das schwammig. Jetzt verstehe ich, was er meint. Irgendwas. Bruder. Das Bike will einfach nach rechts. So. Wir sind wieder im Rennen, Freunde. Oh, voll auf den Spiegel. Kupplung im Griff bereit haben hier. Das ist ja. Aua. Ich weiß ja nie, wann man sie ziehen muss. Alter. Das liegt aber auch daran, dass es eine 200er ist, Mann. Beziehungsweise nein, Bro. Die Gabel ist komplett schräg. Die Gabel. Die Gabel ist schräg. Der Lenker ist schräg. Oh, sorry. Ihr wart nach unten gerichtet. Ich hoffe nicht zu lang. Aber jetzt bin ich wieder da, friendos. Schaut doch mal. Die Gabel ist schräg. Zu 2000% ist die schräg. Oder der Lenker halt. Also die Achse. Oder nenn's wie ihr wollt. Aber Federung richtig geil. Nicht ganz so empfindlich. Viel, viel, viel easier als mit dem da. What the fuck. Ich fahre hier über Schlaglöcher. Da hätte ich mit der anderen Karre schon längst mein Trizeps anspannen müssen. Boah, Digga. Guck doch mal. Guck dich mal den Lenker an. Es ist ja klar, dass man nach rechts zieht. Boah. Aber die Kulisse ist mal wieder unbezahlbar. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt, was er meint. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit der Gabel nicht. Mit der Feder rund vorne. Oh yeah. Oh yeah. Ist das eigentlich für euch Offroad? Es ist eine Road, ne? Hab ich jetzt abgewirkt. Ja, der Motor ist auf. Ne, der ist noch mal. Digga, wenn er im Leerlauf ist bzw. die Kupplung gezogen ist, dann ist das Ding so leise, du hörst das nicht mehr. Ich dachte gerade, for real, for real, die Karre ist aus. Aber da ist sie. Da ist sie wieder. Da bin ich wieder. Boah, Digga. Umgeben von Palmen und gefährlichen Tieren, Alter. Was will man mehr? Auf dem Motorrad sogar. Oh yeah. Ja. Ja. Das ist der erste Mal, in dem ich die Video auf dem Motorrad show gemacht habe. Ah, wirklich? Ah, jetzt kann ich es erkennen. Ja, bleiben Sie so. Das ist wirklich schön. Wenn Sie einen Moment haben. Oh, das ist immer. All die Zeit. All die Zeit? Okay. Just real quick. Like. Can I... You can drop the phone. The first one? Yeah. Okay. Perfect. The first one. This looks... ... insane. Susana! Damn. Voll ins Leere. Aber ich bin da. Okay. Excellent. Thank you very much. To you. I almost falled off this cliff. I stepped there and it was nothing and I just slipped all the way down. Okay. We head back. Which one do you want? The one you don't want. No, I want it. It's fun. Did you recognize it's like... Yeah. Something is wrong. I'm not sure what it is, but I think the... It's crooked. That's because of the... Yeah, I think it's more to the left. You hold it like this. Exactly. That's because of the... Ah, of the crash. Of the crash, yes. But it doesn't seem that bad. It's not that bad. It's slightly. Yeah, it's slightly. But yes. But I realized immediately. Okay. That's crazy. Yeah. That's crazy. Quad von rechts. Oh, yeah. Die Kette. Gerade in dieser Position. Alter, die Kette. Die Kette berührt den halben Planeten da unten, man. Ja, safe. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Die Kette am Hauptständer. It might be the chain touching the... No, yeah, that might be it, yeah. But I don't know the word in English. I still don't. Das spürst du, mein ganzes linkes Bein vibriert. Und der tut einfach mit seinen Bambus hinten im Rucksack. Als würde er gleich irgendwie Sperrfischen gehen. Aber nein, das ist für eine Flagge. Oh, mein Rad da oben. Ganz kurz. Ja. Ja. Mein erster Wheelie. Und jetzt. Gib ihm. Bro, was ein Unterschied zwischen einer 125er und einer 200er. Das kann keinem verzählen. Also ich muss ehrlich sagen, die Karre hier macht mir ein bisschen mehr Spaß als die da vorne. Und Sound ist auch geil. Bro, was geht mit einem Gaszug? Das kannst du einfach bis ins Endliche drehen. Das hört nicht auf. Aber dann kommen die Fehlzündungen. Ich weiß nicht, was das ist. Lass ich mir gleich in Ruhe nochmal anschauen. Oh ja, liebe Manu ist hier auf dem Motorrad, Freunde. Könnt ihr das glauben? Ich kann es kaum. Alter Falter. Back to the Roots. Was auch zwei Rädern jewett bin ich tut. Mach. 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 In der Kurve überholen war natürlich jetzt nicht ganz so vorbildlich, aber das ist schon ein Vorbild. Dieser? Ja, warum nicht? Should I follow? Oh, oh, yeah, of course! Bruder, die Vorderbremse hätte mich gerade fast zerfickt. Let's do it! So, you don't want to get stuck. Well, ah, now I get it. Now you get it. Yeah, that's a good idea, actually. It will sink completely. Yeah. Yeah, I can find the right one. A coconut, maybe. Perfecto, gracias. No, no, no. So, yeah, this is really the right, right, right-hand side of San Pancho. Oh, yeah. Oh, yeah. These are my favorite types of problems. Like, your motorcycle stuck in the sand on a beach. So, if this is my biggest problem, then I master it live, bro. So, that's... So, that's the very end of San Pancho's beach. Ah, okay, okay. After there is, like, this tiny beach that we visited. Mm-hmm. And after it's pretty much nothing. That's fucking beautiful. No rocks also. Nope, nothing. Nice, man. Here comes the bridge again. Shall I push you? I think it's fine. No, 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 no. Barno lives the life. Oh, yeah. And you're very close to it. Oh, yeah. Lasst mir mal geschwind ein Kommentar da bitte, oh yeah, cause I'm an island boy! So, let's go! I love doggos! Do you love doggos? Send this to a doggos, doggos! Cause I'm an island boy! And I'mma make it to the top! I'm an island boy! Alter, diese zwei Dudes, wer sie kennt, die haben es mir echt angetan! Als ich mit meiner Lebensmittelvergiftung drei Tage lang im Bett lag, ich habe mir die gesamte Biografie gegeben. Die zwei haben es mir echt angetan, die haben mich voll fasziniert! cause I'm an island boy and I'ma make it to the top just don't tell your friends I'm an island boy I don't want to know if he sees me one day my vlogs and realizes with what kind of fun he was actually on I'm an island boy and I'ma make it to the top but here again a little disclaimer to all my friends this here what I'm doing here just enjoy life and so in the sunshine and on the beach and in the jungle to drive my friends please don't do that if you don't have a helmet also Freunde nochmal zurück zum Thema bitte macht mir das nicht nach zumindest nicht wenn ihr keinen Helm auf habt wenn ihr gut gekleidet seid macht was ihr wollt aber bitte nehmt mich hier nicht als Beispiel ohne Helm hier durch die Gegend zum Rallern und ich weiß nicht wo er jetzt hin ist wo der fuck Bruder where are you ATM on the left Bro wo ist er hin ATM an der left Bro wo ist er hin Auf dieser Seite? Nein. Ah, da ist er. Ja, da ist er. Geht, 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 geht! Definitiv. Ja, danke, man. Vamos, vamos, vamos! Cause I'm an island boy! So, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Stop hier um die Ecke, wo ich euch die Karre zeige, denn sie ist eigentlich echt schön. Er hat sie vorhin richtig runtergeredet, aber ich bin nicht ganz einverstanden, weil das Ding sieht echt schick aus. Es ist zwar ein bisschen abgefuckt, aber es ist nice. So. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Aber 1%? Uh, war das knapp. Also, ich muss kurz Akku wechseln und dann geht's weiter, Freunde. Kühlsamen island boy! Kurze Schleichwerbung, das ist übrigens meine Marke. Shop ist aktuell closed, aber macht bald wieder auf, denn ich bin ein wahrer Road Rebel. So, weiter im Programm, Freunde. Gebt euch mal dieses schöne Ding hier an. Also, schaut euch das doch mal an. Hier eine süße, kleine, stonte Maus. Am Schmucken. Und super geile Felgen. Ich lieb's, wenn die Frontlights, Headlights rund sind. Und, äh, grundsätzlich ist das ein ziemlich geiles Kaffee-Kaffee-Kaffee-Kaffee-Racer-Dingen. Perfekt für den Strand, Alter, mit Stollenreifen. Super geil. Der Sound ist auch Bombe, den habt ihr jetzt auch gehört. Aber ich zeig ihn euch dennoch noch einmal. Ich muss mich nämlich ein bisschen beeilen, weil der Boy hebt nämlich nur kurz Geld ab. Ich hab ihm gesagt, äh, ich picke ihn wieder ab. So, da habt ihr einen Soundcheck. Und ich muss sagen, für eine 200er mit einem Original-Ersatzauspuff ist das, glaub ich, geht das schon echt fit. Kannst du echt nichts sagen. So, dann würde ich sagen, springen wir mal auf, bevor uns das Ding hier abgezogen wird. Hallo, buenas tardes. So. Und bocken tut's auch. Abgesehen davon, dass da Lenker oder die Garde schräg ist. Bro, das ist, äh... Das ist ein richtiges Spaßbike. Anders kann ich's nicht beschreiben, aber ihr seht schon, es ist schräg. Kann ich nicht leugnen. Sorry for letting you wait. Perfect. I love it. Ich kenn mich hier nicht so aus, weißt du. Ich muss halt immer erst nach dem Weg fragen. Weil... I'm an Island Boy. Ja, endlich mal ein Biker, der mich gegrüßt hat. Ich bin nämlich ein wahrer Biker. Ich grüße jeden Biker. Ich bin ein lieber Biker. Magst du Biker? Markiere einen Biker. Werde ein Biker. Schicke das einem Biker. Küss einem Biker sein Herz. Lef? Ah, der nächste. Ah, der nächste? Der nächste? Ich bin ein Biker-Boy. Ich bin ein Biker-Boy. Ich liebe meine Fans. Meine Fans liegen nicht. Ich bin ein Biker-Boy. Ich bin ein Biker-Boy. Ich bin ein Biker-Boy. Oder? Where is it, bro? It's supposed to be here. Ah, and here it is. Here it is. Na 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 na. Hier. Do you know that this is one of the skate parks that you ever visit in the skate park? Yeah, I've been there. Okay. Yeah, it's nice. Well, I don't skate, but it looks nice. Do you skate? No. Yeah, I don't want to park right in front of her business. So, I'm going to park here. 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 WTF? Was ist denn hier los? Die haben hier gar nichts. Nichts, was mir schmeckt. Nicht eine Cove Zero. Wir haben wohl Lieferschwierigkeiten aktuell. Gut, in dem Fall. Keepen wir going. I'm fine. The fridge is almost empty. Really? Yeah. No, it's all good. No, it's all right. Well, there's another OXO, isn't it? The gas station. Ah, yeah. If it's cool. Weird. Check out. The water is almost empty. It's pretty good. It's all good. Just got to make it. The water is almost empty. And we're going to go on. The water is almost empty. The water is almost empty. It's not empty. It's almost empty. It's all right. It's in the water. Oh, da wird was frei, der Nehmer. Still nothing? Okay. Wieso haben die alle keine Cola? Ah, hier. Puh. Rappenherz, Caspar. Hallo, guten Abend. Hallo, nichts mehr? Und ein Packet von Schotzen, bitte. Was? Schotzen? 20 oder? Ja, 20 oder? Ja, 20 oder? 102. Ah, das ist nicht weiß? Ja, das ist nicht weiß. Ja, das ist nicht weiß. Also, ein Packet von Schotzen. Oder ein Packet von Schotzen. Wie ist die Schotzen? Weil diese ist in Schotzen. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich habe gesehen, die Bikes modifizieren, mit dem Kabel von Häusern. Ja, ja, sie einfach einfach mit allem. Es ist komplett verrückt. Ich glaube, dieser Mann ist, ich glaube, es verkaufen Tamale. So, ich werde es probieren, wenn es nur für ein Diner ist. Es gibt mir einen Moment. Hallo, guten Tag. Wie ist es? 30 Pesos. 30? Was hast du? Ich habe Pollo in Salsa roja, Postilla in Salsa verde, und Rejas mit Keso. Mal schauen? Mal schauen. Postilla in Salsa verde, Pollo in Salsa roja, und Rejas mit Keso. Ok. Ja, zwei bitte. Eine Rejas mit Keso. Ok. Pollo in Salsa Verde 30 cada uno Ok, perfekt Nos gusta el platito o en bolsita Bolsita, por favor Picante Si, por favor Vale, gracias 50, 60 Gracias, hasta luego Porque yo soy un niño Bro, me encanta el tamale Yo probé el primero en la plaza El chico con el umbrella Pero no se muestra más No? Yo voy a todos los días Y no se muestra más No, nunca se muestra más Porque tienes el tamales regular O el tamales de Oaxaqueños El tamales de Oaxaqueños Es fabricado de banana leaves Ah, ok, ok El tamales regular Es fabricado de... Corn, corn leaves Corn leaves Yeah, exactamente I love the ones in Sayulita I don't know these ones But I'm a little bit concerned Because he was there Every day from five Yeah, I mean This guy with... The guy with the mustache And the umbrella Exactly And at some point He didn't show up anymore He didn't have any permit For the business Here at the corner I don't know From one day to another I've never seen this guy In the village before Maybe he got into some trouble With the hot dogs guys Next to him Because lots of people Like set businesses Like on the corner But... Yeah, and then they get They get in trouble Yeah Because they never got any Like license Or derecho Yeah You think he has a license To sell out of his truck I mean, either How do you want to get the content? That's not from... No, that's from the previous car What do you mean? I don't mind which one Or what do you mean? No, but how do you want to get the content later? Do you have airdrop? Well, airdrop is actually the best option But I don't have any capacity Any space on my phone left I have a laptop So, if you have a minute We can pass by the hostel I grab my laptop Yeah And then you just airdrop everything This is, I think, the easiest way That's perfect Yeah, normally I have my phone But it's 64 GB Yeah, it is It's full already Yeah Right now? Yeah This is fine If it's fine to you? Oh, it's fine Yeah Okay Let's go Wow Wir haben schon bemerkt, Alter Der gesamte Weg nach Hause Muss ja Ein Stau des Todes sein Weil Guckt euch das hier mal an Hier geht ja gar nichts Hier geht ja absolut gar nichts Hola, buenas Hier ist absoluter Stillstand Und bis seit 10 Minuten Jetzt einfach irgendwie Heile und ohne Ohne Probleme Nach Hause kommt Oh, bro Oh, Bro It's the best You're staying here Yeah Because They're doing controls We don't have any Ermets And there is like Federal Oh, Shit Was ist passiert? Sie wissen, was passiert? Sie sind die Strecke. Ah, die Strecke? Ja? Okay. Sie sind die Strecke? Sie sind die Strecke? Nein, sie haben sie den Strecke. Sie haben sie den Strecke. Sie haben ihn in der Strecke. Sie haben ihn in der Strecke. Sie können es passieren. Sie können es nicht passieren. Wie lange haben Sie ihn? 10 Minuten? Wie ist jemand ein Auto? Aber jemand robiert eine Strecke? Das? Das Strecke? Das Strecke? Das Strecke ist der Strecke. Ah, also die Strecke sind da. Die Strecke sind hinter dem Strecke. Die Strecke sind hinter dem Strecke. Sie sind mit den Strecke. Sie sind die Strecke. Sie sind die Strecke. Sie sind die Strecke. Und ich ohne Strecke. Und du ohne Strecke? Wer ist ein Strecke? Ein Strecke normaler. Wie ist ein Strecke normaler? Ich liebe dich. Warum ist es normal? Es ist mit den anderen. Es ist mit mit mit. Nein, es ist ein Strecke normaler. Ich liebe dich. Sie sind die Strecke normaler. Nein, Sie sind die Strecke normaler. Sie sind die Strecke normaler. So, was ich nicht verstehen? Sie haben sie das jetzt zuerst? Nein, nein, nein. Sie sind in anderen Ort, aber die Strecke ist die Strecke. Ah, sie stopt und herausfinden... Ah, danke. Danke, Mann. Shit, bro. Ich glaube, es ist ein Strecke. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Jetzt bin ich jetzt hier. Ja, ich gehe jetzt hier. Ja, ich habe es nicht gesehen, dass 4 Autos sind. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe es schon gesehen. Wir hatten den anderen Autopisten. Wir haben gesagt, wir kommen alle hier. Wir kommen zu den Autopisten. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin hier in San Pancho. Ich bin hier in San Pancho. Mera oder weniger nach dem Autopisten. Das ist die Zeit. Wo sind wir? Frankreich. Ich habe es schon fünf Jahre lang. Sie haben ein Land. Und du bist? Italien. Und du bist aus der Region? Nein, Pata Salada, von Vallarta. Ah, von Vallarta. Ah, okay. Oh, enforcement is there. Ah, es kommt. Wauw. 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 We keep moving? I guess so. Well, we don't have helmets, though. And they're still standing there. No, but I think we'll be fine. Do you have a license? I have a license. With you? Yeah, I think so, yeah. I have a license, but I don't have it with me. That's a good station. That's it. See you. Oh, come on. They are not here to solve this problem. Normally, I know they have other things to do now, but if they want to rip you off, they rip you off. And I don't want to get ripped off. Should we try? Should I try? I have a license. That's the thing. But I don't have it with me. I think we'll be fine. I'm not even sure that I have it with me either. I have everything in my... I don't have it with me either. So from what I've heard, someone stole the truck? Yeah, they stole the truck and they got caught here. Here? Yeah. That's what I understood. Oh my God. You see? They are here for like other businesses. Welcome to Mexico, though. He's fucking insane. Meine Kappe. What the fuck? Habt ihr die Scherben gerade gesehen? Das sah mir eher nach einem Unfall aus. What the fuck? Wir sahen in den Island, boys. Bro, die armen Menschen hier. So viele Augen auf mich gerichtet gerade eben, Bro. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin im fünften, Freunde! Ich bin einfach im fünften Und da ist eine Kurde Ich weiß nicht, wie eng sie ist Ich hab kein ABS Ich bin im fünften, Freunde! See you, Bro! Alter, wie viele Postbooten ich jetzt schon in meinem Leben In meinem gesamten Leben als Freunde hatte, Digga Und das ist einer davon Ich küsse dein Herz Ich bin ein Fiker, Bro! Ich mach's bis zu der Top Hühner auf der Straße muss man auch immer ein hoffenes Auge für haben und natürlich die Speedlumps früh genug erkennen. Nee, Bro. Wheelen kannst du vergessen. So, jetzt geht's. Ja, was ein Ende. Ich habe das erwartet. Aber hast du gesehen, das Glas und das Trash auf dem Boden gesehen? Es sieht eher wie ein accident. Ich denke, was passiert ist, dass jemand etwas stole und während der Trash war, da gab es ein Auto-Crash. Das ist was ich auch in der Beginn dachte. Aber er sagte, dass sie es woanders entstanden haben und sie einfach dort getroffen wurden. So vielleicht mussten sie mit den Autoren kämpfen oder so. Es war ein Auto-Company-Insurance, einer der letzten Auto-Company-Insurance, das kam nach den zwei Wochen. Ja, ja. Das war ein Auto-Insurance. Aha. Ich verstehe nicht alles. Alles. Ja, Mann. Okay. Gib mir eine Minute. Mario! Hallo! Buon provecho! Ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich küss euer Herz fürs Einschalten. Bitte lasst mir einen Daumen hoch, da haben wir, wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt. Und am besten auch gerade noch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Ich liebe meine Fans. Meine Fans lieben mich. Ich bin ein Volk gewohnt. Ich bin ein Volk gewohnt. Ich bin ein Volk gewohnt. Ich bin ein Volk gewohnt.